Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem Video möchte ich euch das neue Update von OBS Studio vorstellen, und zwar die Version 23. Die kam über Nacht und hat doch so einiges mit sich gebracht. In diesem Video werden wir uns die Kleinigkeiten anschauen, die dazu gekommen sind, aber auch die großen Features, die nun in OBS Studio Einzug erhalten. Unter anderem eine Kooperation zwischen NVIDIA und OBS, also den Entwicklern von OBS, um einen neuen NVIDIA-Encoder zu integrieren, der weniger Ressourcen verbraucht und eine bessere Qualität bei niedriger Bitrate liefert. Ihr wollt regelmäßig neue Videos rund ums Thema Streaming oder Aufnahme für YouTube sehen? Wenn ihr den Kanal abonniert, vergesst nicht die Glocke zu klicken, damit ihr auch jedes neue Video direkt als Benachrichtigung bekommt. Habt ihr das neue Update von OBS Studio, nämlich die Version 23, installiert, dann werdet ihr mit jeder Menge neuen Features und Verbesserungen erfreut. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal Step by Step durch die Verbesserungen beziehungsweise neuen Features durch. Als allererstes wurde die Sichtbarkeit der Quellenauswahl verbessert. Wenn ihr nun über Quellen rüberhoffert mit eurer Maus, dann seht ihr so einen blauen Rand. Das war zuvor nicht so gut sichtbar. Erst wenn man die Quellen angeklickt hat, dann waren diese mit einem roten Rand versehen und jetzt ist das schon beim Rüberhoffern sehr gut zu sehen. Außerdem, wenn ihr die Quellen außerhalb des Videobereichs oder eurer Basisleinwand zieht, dann seht ihr, dass das Ganze mit solchen Strichen hier versehen wird. Damit könnt ihr schneller sehen, ob Quellen außerhalb des sichtbaren Bereichs sind und somit halt nicht angezeigt werden in der Aufnahme beziehungsweise im Stream. Ein weiteres Feature ist das Batch Remaxing. Und zwar seht ihr ja, wenn ihr oder wisst ihr, wenn ihr Videos zum Beispiel in MKV aufnehmt und diese später in MP4 benötigt, dann müsst ihr die Videos remaxen. Dazu habe ich bereits schon ein Video gemacht, ist oben rechts in der Infobox verlinkt. Das Ganze war bisher so, dass ihr auf Datei Aufnahme Remaxen geklickt habt und dann konntet ihr eine Datei auswählen und konntet eine Datei gleichzeitig in eine andere Datei überführen, also Remaxen. Jetzt ist es möglich, wenn ihr das Ganze öffnet, mehrere Dateien auszuwählen. Das heißt, wenn ihr mehrere MKV-Dateien habt, dann könnt ihr diese auswählen. Ich zeige euch das Ganze mal als Detailansicht. So, das sind beides MKV-Dateien. Ihr könnt mehrere Dateien auswählen, öffnen und ihr seht gleichzeitig, dass beide Dateien in der Liste aufgeführt werden auf der linken Seite. Ihr könnt ihr unendlich viele Dateien einfügen und auf der rechten Seite sind dann die jeweiligen MP4-Dateien. Wenn ihr nun auf Remaxen klickt, dann werden alle Dateien nach und nach Remax. Das heißt, ihr könnt vom PC weggehen und OBS macht für euch den Rest. Außerdem ist es möglich, dass OBS für euch automatisch eine Aufnahme direkt ins MP4-Format überführt. Ja, da fragt ihr euch sicherlich, warum nehme ich dann nicht direkt in MP4 auf? Wie gesagt, das Video oben rechts in der Infobeschreibung. Ich persönlich nehme in MKV auf. Einfach aus dem Grund, sollte die Aufnahme mal abstürzen, dann ist die Aufnahme nicht hinüber. Bei MP4 könnt ihr das Ganze vergessen. Das kriegt ihr auch nicht sauber wiederhergestellt. Bei MKV ist die Aufnahme einfach dort zu Ende, wo das Ganze abgestürzt ist und ihr könnt das Ganze trotzdem noch verwenden. Deshalb in MKV aufnehmen und nachträglich zu MP4 Remaxen. Um das automatische Remaxen zu aktivieren, einfach hier unten auf Einstellungen wechseln und dann könnt ihr auf Erweitert gehen und bei Erweitert habt ihr in dem Tab Aufnahme die Möglichkeit, das Häkchen für automatisch zu MP4 Remaxen anzuklicken. Dadurch wird eure Aufnahme, wenn ihr diese beendet, automatisch im Hintergrund von OBS zusätzlich noch als MP4-Datei gespeichert. Bisher war es so, dass die Docks, also die einzelnen Fenster in OBS, fest waren und man konnte einstellen, dass diese frei verschoben werden können. Das war optional und war standardmäßig nicht eingestellt. Man musste es erst einstellen. Jetzt ist es so, dass standardmäßig die Docks direkt bewegt werden können. Das heißt, wenn ihr so ein Dock anklickt, dann seht ihr, dass sich das hier bewegen kann und das kann ich zum Beispiel, ups, kann ich zum Beispiel hier links auf die Seite setzen und kann auch weitere Fenster mit dazusetzen. Entweder übereinander oder aber ich setze die Fenster untereinander, zack. Und das macht es dann individueller. Also ihr könnt euch das ganze Look and Feel von OBS Studio halt direkt von Anfang an so zurechtschieben, wie ihr wollt. Außerdem ist ein weiteres Dock hinzugekommen, nämlich wenn ihr oben auf Ansicht geht und dann auf Docks, dann habt ihr hier Statistiken und die Statistiken könnt ihr auch einfach als Dock hier einfügen. Die Statistiken selber gibt es schon länger, die kennen nur sehr wenige und die bieten euch nochmal eine bessere Übersicht über das, was OBS denn während einer Aufnahme oder eines Streams macht. Ihr seht unter anderem die CPU-Auslastung, wie viel Festplattenspeicher noch verfügbar ist. Das bezieht sich auf die Festplatte, auf der ihr aufnehmt, das heißt das, was ihr bei Aufnahme eingestellt habt. Die Speicherauslastung, wie viel Arbeitsspeicher ihr momentan benötigt, ob die FPS-Zahl konstant ist. Die durchschnittliche Zeit, um ein Frame zu rendern. Das ist auch immer sehr interessant. Und ihr seht die ausgelassenen Frames durch Rendering-Verzögerung und die übersprungenen Frames durch Codierungsverzögerung. Und das ist doch sehr nett, wenn man das sehen kann. Darunter seht ihr dann nochmal die Ausgaben, nämlich Stream und Aufnahme. Ihr seht, ob die aktiv oder inaktiv sind und wie diese momentan eure Datenausgabe belasten, beziehungsweise wie viel Datenausgabe dort produziert wird und in welcher Bitrate das Ganze läuft. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und ich finde, das sollte man definitiv auch mit einfügen. Beim Audio hat sich auch einiges getan. Fangen wir zuerst einmal unter Einstellungen Audio an. Bei Einstellungen Audio habt ihr nun nicht nur drei Mikrofon-externes Audiogerät, sondern ihr habt vier. Das heißt, ein weiteres Mikrofon-externes Audiogerät ist dazugekommen. Somit könnt ihr insgesamt sechs Audio-Geräte hier konfigurieren und damit sollte eigentlich wirklich jedes Setup machbar sein. Des Weiteren kam das Stereo-Balancing dazu. Wenn ihr bei den Audio-Quellen auf das Zahnrädchen klickt und dann auf erweiterte Audio-Eigenschaften, dann habt ihr hier nun die Möglichkeit, ein Balancing einzustellen. Mit diesem Schieberegler könnt ihr das Audio nach links beziehungsweise nach rechts verschieben. Und die Mitte ist auch einfach zu treffen, denn die dockt an, wenn ihr rüberfahrt. Somit könnt ihr das Ganze auch wieder auf die Mitte stellen, ohne euch da irgendwie zu vertun. Last but not least gibt es auch neue Audio-Filter. Und zwar, wenn ihr auf das Zahnrädchen klickt und dann auf Filter, dann könnt ihr den Audio-Quellen Filter hinzufügen. Und hier sind nun neue dazugekommen. Klicken wir einmal auf das Plus. So sehen wir nun Audio-Polarität umkehren. Wir sehen einen Begrenzer und wir sehen einen Expander. In einem älteren Video habe ich euch Gain, Kompressor, Noise-Gate und Rauschunterdrückung gezeigt und euch auch damit gezeigt, wie man das Audio wirklich perfekt einstellen kann. Hinzugekommen sind, wie gesagt, ein Expander, ein Begrenzer und eine Audio-Polarität. Wie diese funktionieren und was man da am besten einstellt, werde ich mal in einem eigenen Video zeigen. Denn das Thema Audio ist ja doch immer sehr umfangreich. Und damit ihr da auch alles richtig macht und das richtig versteht, möchte ich euch ein wirklich gutes, ausführliches Video dazu bieten. Eins der beiden großen Features, die nun dazugekommen sind in OBS Studio Version 23, ist die Service-Integration. Wenn ihr unten rechts auf Einstellungen wechselt und dann auf Stream, dann musstet ihr bisher die Plattform selber auswählen. Den Server sowie euren Stream-Schlüssel musstet ihr auch dort einfügen. Und jetzt gibt es dort einen weiteren Button, Konto verbinden. Wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr euer Twitch-Konto verbinden oder aber auch euer Mixer-Konto. Das sind die einzigen beiden Dienste, die bisher integriert sind. YouTube, Facebook und so weiter werden noch integriert, die kommen noch nach. Und ganz wichtig, das Ganze geht aktuell nur auf Windows. Dies hat mit einer Limitierung irgendwie zu tun. Die Entwickler arbeiten aber daran, dass das Ganze halt auch auf Linux und auf macOS funktioniert. Also das wird dort auch noch kommen. Um nun euer Konto zu verknüpfen, meldet ihr euch einfach in dem Fenster an und gebt OBS die Rechte, auf euer Konto zuzugreifen. Sobald ihr dies getan habt, sieht das Ganze hier unter Einstellung etwas anders aus. Der Stream-Schlüssel verschwindet, denn den könnt ihr nicht mehr per Hand eingeben. Der wird jetzt automatisch aus eurem Twitch-Account hier eingefügt, was ziemlich super ist, denn dann braucht ihr euch darum nicht mehr kümmern. Dann einfach auf Übernehmen klicken, OK und schon passiert folgendes. Es ploppen zwei Fenster auf, nämlich die Stream-Information und der Chat. Diese sind erstmal frei, das heißt, das bringt euch gar nichts. Die liegen einfach drüber und ihr könnt sie hin und her schieben. Aber Moment mal, wir haben uns ja am Anfang des Videos schon Docs angeguckt. Ihr könnt das Ganze jetzt einfach an die Seite docken. Schwupp. Könnt auch noch die Stream-Information dazu tun. So, dann machen wir das hier nochmal runter. Na, so. Und das gibt euch folgende Vorteile. Ihr habt den Chat direkt, wie ihr es eigentlich auch aus Streamlabs OBS kennt, direkt integriert mit den OBS. Könnt den Chat also verfolgen und ihr könnt auch eure Stream-Informationen bearbeiten, nämlich den Titel eures Streams und die Live-Benachrichtigung. Und sobald ihr das hier bearbeitet, wird das auch automatisch an Twitch gesendet und gespeichert. Somit braucht ihr nicht direkt auf Twitch gehen, um euren Stream-Titel zu bearbeiten. Wenn ihr euer Twitch-Konto oder Mixerkonto verknüpft habt, dann gibt es noch ein weiteres Doc, was hinzukommt. Wenn ihr oben auf Ansicht geht und dann auf Docs, dann gibt es nun nicht nur die Statistiken, die wir ja schon am Anfang eingebunden haben, sondern auch die Twitch-Statistiken. Und wenn ihr diese öffnet, dann seht ihr folgendes, nämlich wie viele Leute euch aktuell zuschauen, wie lange der Stream schon läuft, wie viele Clips erstellt worden sind, wie viele Aufrufe euer Kanal insgesamt hat, wie viele Follower ihr habt und wie viele Abonnenten aktuell eurem Kanal ja subscriben oder abonnieren. Und dieses Doc könnt ihr selbstverständlich auch mit einfügen und habt dann auch eure Statistiken immer mit im Blick. Kommen wir jetzt nun zum meines Erachtens nach wichtigsten Update oder Feature dieses Updates, nämlich dem neuen Nvidia Encoder. Nvidia hat sich in der Vergangenheit mit den Entwicklern von OBS zusammengetan. Die haben eine Kooperation gegründet und haben den Nvidia Encoder verbessert, sodass ihr weniger Ressourcen verbraucht, also weniger eure Grafikkarte belastet bei Verwendung des Nvidia Encoders NVENC, aber eine bessere Qualität bei niedriger Bitrate erreicht. Diesen Encoder könnt ihr nun aktivieren, wenn ihr a. eine Nvidia Grafikkarte benutzt und b. Windows 8 oder höher, also bei Windows 7 geht das nicht. Nutzt einfach unten rechts auf Einstellungen, dann geht ihr auf Ausgabe und bei Ausgabe auf Aufnahme oder Streaming, je nachdem was ihr machen wollt und dort könnt ihr dann den Nvidia Encoder auswählen. Der alte Encoder heißt dann Nvidia NVENC H.264 und der neue Encoder heißt Nvidia NVENC H.264 New. Ganz wichtig, eine Sache bevor ich da weiter drauf eingehe, ist, wie gesagt, bei Windows 7 funktioniert das nicht. Ihr braucht Windows 8 oder höher. Außerdem geht das nicht bei allen Nvidia Grafikkarten. Ihr braucht eine Nvidia Karte der 700er Reihe oder neuer. Außerdem soll dazu gesagt sein, dass laut Nvidia auf den RTX Karten, also den neuen Nvidia Grafikkarten, eine geupdatete Version des Nvidia Chips oder NVENC Chips verbaut ist, der eine noch etwas bessere Qualität liefert als der NVENC Chip, der auf den vorherigen Modellen verbaut wurde. Wenn ihr also eine Nvidia Grafikkarte habt und den neuen Encoder nutzen wollt, dann klickt ihr hier einfach auf Nvidia NVENC H.264 New. Und dort gibt es nun etwas neuere Einstellungen. Einmal von den anderen Einstellungen abgesehen, kommt nun Look Ahead und Psycho-Visuelle Optimierung, Psycho-Visual Optimizing dazu. Wenn ihr da drüber bleibt mit der Maus, dann wird euch auch erklärt, was das Ganze bedeutet. Im Endeffekt Look Ahead bedeutet folgendes. Ihr habt ja unten die maximale Anzahl an B-Frames. Wenn ihr hier zwei setzt und Look Ahead aus habt, dann werden immer zwei B-Frames benutzt. Wenn ihr aber Look Ahead anhabt, dann versucht OBS automatisch, die bestmögliche Anzahl an B-Frames zu ermitteln und variiert die. Also ihr habt eine variable Anzahl an B-Frames, was die Qualität des Bildes verbessert. Außerdem gibt es dann noch Psycho- oder Psycho-Visuelle Optimierung. Sorry, ich muss das immer irgendwie alles auf Englisch sagen. Und diese Option macht nun folgendes. Wenn ihr diese aktiviert, ja, bei beiden Optionen ist das so, das verbraucht mehr Grafikkarte, also mehr Performance eurer Grafikkarte, bietet besseres Bild. Psycho-Visuelle Optimierung versucht die Nutzung der eingestellten Bitrate, also wenn ihr hier eine Bitrate eingestellt habt, versucht diese zu optimieren, indem es bei schnellen Bewegungen Objekte nutzt, also Objekte, die sich zum Beispiel nicht so doll bewegen und Objekte, die sich mehr bewegen, so zu optimieren, dass die Bitrate auf die einzelnen Objekte so verteilt wird, dass ein besseres Bild entsteht. Also es wird nicht einfach die Bitrate auf das gesamte Bild angewendet, sondern es wird geschaut, welche Teile des Bildes, welche Bitrate benötigen aktuell, um ein besseres Bild oder eine bessere Qualität des Bildes zu erreichen. Und dies ist gerade bei High-Motion-Games, also bei Shootern zum Beispiel, sehr interessant, weil man dadurch einfach ein besseres Bild erreicht. Schauen wir uns zum Abschluss doch nochmal einen Vergleich von dem alten NV-Encoder, also Nvidia-Encoder und dem neuen Nvidia-Encoder an. Ich habe beides mal mit einer 6000er-Bitrate aufgenommen und habe euch links einmal den Encoder oder das Bildmaterial des alten Nvidia-Encoders und rechts das Bildmaterial des neuen Nvidia-Encoders eingefügt. Ja, und man muss sagen, man muss schon sehr genau hinschauen, um hier Unterschiede zu erkennen, denn auf den ersten Blick fallen einem fast keine auf. Doch schaut man dann einmal genauer hin, dann erkennt man auch die Unterschiede. Nicht nur, dass die Struktur der Steine mit dem alten NV-Enc viel, viel maddeliger oder pixelliger aussieht. Nein, auch die Figuren sind mit dem neuen Nvidia-Encoder einfach sauberer gezeichnet. Auf der linken Seite sieht man, dass der Gegner sehr pixellig ist. Auf der rechten Seite sind die Umrandungen und der Charakter selbst schon wieder sehr weich gezeichnet und man kann ihn sehr gut erkennen. Auch die Konturen der Box, die oben links im Bild zu sehen ist, sind bei dem alten Nvidia-Encoder einfach nicht so gut herausgearbeitet. Bei dem neuen Nvidia-Encoder sieht man dann doch schon sehr gut, wie die Box aussieht. Ja, dies lässt sich aber alles nur bei genauen Hinschauen erkennen. Wenn man das Bild im flüssigen Zustand betrachtet, dann ist es schon sehr schwer, Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Nvidia-Encoder zu sehen. Aber ich denke, auch so massiv können die Unterschiede einfach nicht sein. Das ist nicht möglich. Generell lässt sich jedoch sagen, durch niedrigeren Verbrauch des neuen Nvidia-Encoders habt ihr natürlich mehr Frames, also mehr FPS im Game. Und das ist doch natürlich etwas, was man bei einem Single-PC-Setup definitiv haben möchte. Alles in allem bin ich von dem neuen Nvidia-Encoder doch sehr positiv überrascht. Das Gesamtergebnis sieht besser aus, der Ressourcenverbrauch ist niedriger und für uns Gamer bleibt einfach mehr Power, um das Spiel auch beim Streamen zu genießen. Ja, was sagt ihr denn zu dem Update von OBS Studio? Gefällt euch das Ganze? Was gefällt euch am besten? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir definitiv einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.